gleichungssysteme machen den leuten probleme aber eigentlich unnötiger weise weil unnötig meine ich es bleibt letzten endes ein einfaches gleichung lösen da gibt es aber ein paar einfache tipps zu beachten einfache tipps sind zum beispiel wenn man mal hier schaut wenn x schon das wert ist kann ich das auch hier oben einsetzen dementsprechend die zweite in die erste und so weiter das immer ganz schick in geschrieben dann kommt man ganz schnell weiter ganz nebenbei automatisch kann man damit auch schnittpunkte von linearen funktionen berechnen denn das sind eigentlich bloß ein bisschen dumm umgestellte von lineare funktionen hier sind sie wieder schöner y ist gleich wie wir es kennen und so weiter ich rede die ganze zeit weil hier oben schon links erscheinen und ich dann hier auf der in den letzten 30 sekunden dann hier noch links anbringe so dass man gemütlicher gucken kann und nicht hier oben so hektisch den links hinterher haschen muss das kann man verstehen also bis jetzt haben es alle verstanden warum ihr nicht auch ich wünsche viel freude dabei